ok leute es geht weiter und jetzt mal erst mal enter drücken ja ok komm hier war sanji aber wo ist der teufel war zoro verdammt nach scheiße ja leute wir müssen die zoro suchen und das ist eine scheiße wieso kommt er wieder aber du hast ihn schon einmal verprügelt wieso kommt er dann wieder das große teufel ist zoro hat kam es ganz nach rechts gehen eigentlich so ja leute es wird spannend wir müssen jetzt suchen danach müssen zu lockern und dann oder erst mal an und besiegen die scheiße da wo startest du wir kommen weiter das ja und muss es nebenbei noch brezeln er ist so eine scheiße ist das wieso weil ich ja denke ich gehe ja vorwärts stand da so eine scheiße ist das da war davor schon so so eine scheiße ist das wozu top ist zoro egal was ja schnell und so jetzt kommt ob da wieder und kicke bitch du kannst mir mal prügeln so weg mit dir versuch mal irgendwie nach rechts zu gehen egal ich hasse lange dann diese spiele ich weiß nicht lassen dann hast du entwickler hast ein gefühl dafür entwickelt meiner verdache okay geht nicht hast du sein so ein spiel nicht wegen diesen ganzen komischen system hier warte oben war diese ratte das weiß ich okay das haben wir jetzt auch die kapie ist weggegangen geh einfach weiter scheiß auf die gegner das sowieso ein sinn da war lust ab das weiß ich noch ja davon kommst du ach da zum teufel ist ja ja okay jetzt können wir gegen die bande kämpfen die rasselbande kommen jetzt einfach so und so jetzt müssen die ganze scheiß normal machen ja aber die gegner greifen trotzdem an ja aber dann ist die schnelle die greift nicht mehr an doch ich komme jetzt hier hier nicht mehr so da genügend die bretsel weg die du gerade ist ja er ist nebenbei noch bretseln weil er so ein progamer ist und sowas kann kann essen und spielen gleichzeitig können weniger ja wir hören muss schmerzen und redet beim essen ja guck du willst mit vollem mund das geht nicht das geht doch nicht immer doch denn 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 so und so muss die markkraft immer rein ja komm jetzt kommen diese behinderten gegner wieder das ist manchmal kacke bei diesem system aber diese scheiße mit zoro dass man nicht alle hat das ist echt behindert ja okay jetzt kommt einer von hinten noch hat er gerade eine eisenkugel oder was wasser so okay tot mit dir jetzt lassen sie jetzt lassen sie uns durch oder ja okay das müssen nicht übersetzen jetzt auf einmal ich dachte alle kommen auf einmal also uns kiste ich glaube dass dieses unbesiegbarkeit ding da oder ich glaube das unbesiegbarkeit ding ist da oben das kannst du rankommen oder die noch oder essen okay aber jetzt kommen die oder nein da kommen die noch nicht so heil ich einmal hier kann mich an sowas erinnern knapp knappe sache ich mache einfach so da scheiße nervösität leute erstens spannend das war doch nichts okay warte wer kommt was das kommt jetzt ist das kommt immer schneller sind die da alle sofort tot das ist so stark ach so auch wenn es mir halt nicht mit den hängen aufnehmen wollte ja jetzt kommen die jetzt kommen die übersetzt man da wirklich nur lang essen kann äh idiotische volltrottel ein kampf mit uns auszuführen egal kommt noch einfach weiter new york was er es müsste gegen okta kämpfen das unterschiedlich oder ja auch das sowieso am leichtesten oder ja auch da wieder das kommt kiss ihr habt ihr nicht getroffen also steuer und so richtig gegen den nacken karate killt oder schwarz kurz und bäms hast du beide etwas abgezogen nein mit der hat das nicht so und bäms ok so und so irgendwie sind die leichter oder das kommt irgendwie voll leicht vor weil die immer das gleiche guck mal die haben das gleiche kampfsystem also weil die steine ziehen voll viel ab so jetzt kommen irgendwo okta wann willst du zoro eigentlich einsetzen wieder später ja kistenervoll so und stirb und stirb stirb was so bin ich abgezogen ey das wird langsam wird es heftig langsam wird es ein bisschen übertrieben und so ok muss die kann das noch schaffen das helle verdammte kacke hol doch sanji nein nein ey hol drauf das ist das beste was man machen kannst oder willst du ohne sanji gewinnen ich kann sowieso nicht mehr hier guck doch ich hab sowieso schon alles verbraucht ja wenn du das nicht eingesetzt hättest dann hättest du das auch noch geschafft oder willst du gar nicht einsetzen weil das so schummeln ist genau das eigentlich aber wegen letzter aber ich werde ehrlich sein lassen aber ok aber oh nein du scheiße ok vielleicht schaffst du es noch ohne ok beide sind tot jetzt eine okta ja jonge so eine verdammte scheiße ich hasse mich dafür dass jetzt einfach so ein prinzip weiter ist ich hab alles die gerade gewinnt ist doch nicht ok sehen wir mal versprochen 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 wir wetten doch sie auf die Britze konzentriert deshalb hat der Stein sich getroffen vielleicht nein aber das hast du nicht vor wenn ich gerade so schlage dann lass mich mal kämpfen irgendwie sieht das voll leicht aus der Kampf der ist bestimmt auch leicht egal egal ok wieso wirst du keine Hilfe von mir akzeptieren ok das ist ok das ist ok und bäms und komm her und so und so ok das ist ok und bäms und komm her und so wenn nicht dass wir sagen nein nein ich werde ich werde als progamer sehen die weiter kommen oder so ok besser ist es besser als davor wirklich wirklich ja guck doch ich muss auf die Steine achten so 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 und weg mit dir und weg mit dir na guck mal ich hab auch da so viel leben das verstehe ich jetzt nicht achso oh shit man hm was ist mit deinem versprechen hast du gesagt das hast du ein versprechen du hast gesagt du also das ist versprochen das du gewinnst was ist mit deinem versprechen ich kann's beweisen du kannst nichts sagen was ist mit deinem versprechen was ist mit deinem versprechen lass mich mal ja ich versuch's einfach mal und so ich hab da gibt es noch ein x zusammen oder mhm ja ok also leute ich versuch's jetzt mal weil ich muss irgendwie das nicht schaffen kann ich fand schon mit dem dach auch so hey ich bin doch gerade hochgesprungen so so fick dich doch ins knie so so ey das das hängt voll bei mir die steuerung und bams und bams und bams ok gucken wir mal ob ich gewinne und weg mit dir ey diese scheißkacke ok ok komm vielleicht schaff ich das noch so ey so eine scheiße ist das so ey das ist das hängt voll wenn jedes mal wenn er kommt das hängt voll und so ey so eine scheiße komm ich doch ins knie warte wie viel nun haben wir elf minuten ok komm versuch mal bitte ich gewinne einfach mal ich gewinne einfach mal ich gewinne mich aber natürlich wir kommen jetzt es dauert einfach zu lange komm wir werden das nochmal komm wir an die fahrt nochmal ich mach das schnell wir nein guck mal wir haben so viel Zeit verbraucht für so eine scheiße also ich gewinne dich wirklich egal du hast du du hast dein versprechen schon gebrochen deswegen nein jetzt kommt dein versprechen für mich selber also mein versprechen für mich selbst egal du hast dein versprechen gebrochen aber es ist ein versprechen an dich ich weiß was ok leute er hat reingekackt er hat reingekackt ich bin mal ruhig ok ich muss mal sehen wie du gewinnst ich brauche Hunger gib mir meine Brezel ich esse jetzt meine Brezel ey mach mach dir ernst hast du meine Brezel angeknabbert? hä? ob ich gegessen habe? ich dachte du wirst nie meine Brezel haben ach ja du Spasti das passiert nicht ich hör auf alles zu bedanken du bist Spasti ich guck so hä was mit meinem Ritzel passiert ich hab nur abgemacht glaub ich du Spasti hast meine Brezel gegessen das reingekackt egal jetzt esse ich auch vor deinem Gesicht ey nein ey das war meine Brezel das ist einfach gegessen ohne mich zu fragen auch noch ach ja das war versichtlich ja 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 egal wenn man gleich noch eine Brezel ok 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 ja Leute die Brezel schmeckt in der Kauf also ist dem nicht dann füttern mal guck mal wie viel habe füttern nein 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 du hast keine Brüße nach Hause ich kann spielen und essen mach ich hab keine Brüße dann hm 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 das tolle blic hier hat dann so einen Kumpel geschlagen nein dort hat ihn gerade ich hab doch ich hab doch hm 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 ja Leute schmeckt die haben die besessen wir haben so wird ein Stein wird sich umbringen soll er betten wie ein Stein er ist okay dann er nur er wird sich umbringen wenn du so wenn du oben spacht dann was da wird er sich umbringen er wird umgekehrt weiß ich ja so er wird sich umbringen das weiß ich mit engern die tanke wird sich umbringen dann hast du dich selbst enttäuscht okay ich hab die brütze schlag mich nicht nein ich habe ich habe so gemacht so 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 dass mich mal das nicht mal dass das nicht doch er draußen geist wie das schuh zweimal besiegt wir haben nicht geschüttet leute das kam einfach jetzt so die ganze schuze besiegen jetzt gewinnig war schnell ja sehen wir was ich soll hier 20 min ja hier musst du doch dann muss ich okay wir sehen ja wie wir dem hat er ja wählen wirst du dein leben benutzen man schon wetten dass du es heute benutzen wird hmmm vielleicht das wird vielleicht das wirst du ich weiß nicht schon ein hellseher und dem nicht von ihm also wenn ihr damit fertig sein super mario advanced trainer weiter machen das spiel magst du bestimmt nicht vielleicht du magst es kapiert du magst es kapiert vielleicht scheiße ja keine angst von mir leute macht was dagegen wenn sie ihn zu ich schicke euch den link unter dem video ja nicht so da werden ich mache das bitte macht bitte bitte gibt es auch nicht zu was denn ach ja ach ja konnte mit einem komischen nase technik an die attacke ist wohl behindert oder nicht guck mal man kann es mal locker ausweichen ich möchte sehen noch was passiert hätte ich jetzt eigentlich treppen und dann so aber eine andere form davon oder die das ist nicht okay und so okay jetzt hat er so viel wie du davor gehabt junglich wo kann man spezialversetzen fast 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 aber ich verstehe es nicht wie konntest du wie konntest du schuhe zweimal besiegen ich verstehe es nicht was so wenig dachte du als viel behauptet oder was ich behalte es aber trotzdem noch die sanji hat ja nie wissen wann das gebrochen kannst oder willst du es nicht benutzen ich will es wirklich nicht benutzen wieso ich weiß nicht schimpfst du dafür ja nein okay okay das war nicht damit also das mit seinen schnellen rückenfloss ach so ich dachte sein rückenfloss oder so kommt der jetzt mit der komischen technik an nein da kommt aber nach oben ja ich weiß ich weiß ich fand sie teilt immer am leichtesten diesen hochsprung teil findest du ja ich fand immer leichter dein leben jetzt musst du erfordert dein glück nicht aus allen fall ist nicht viel denn deine flächen gemacht team an jetzt kommt der komischen dinge an kann das nicht eigentlich treffen ja kann wenn du zu langweil bist oder glück gehabt sonst könnte ich gleich alles wieder von vorne machen ach ja das da ich kann mich jetzt wieder ändern das war der trick ja ey dein leben er muss die ich will ja nicht sagen aber benutze es lieber scheiße benutzen oder nicht dass es noch mal machen muss ok wie bei diesen beiden drei spaßtis da weiß ja muss die ach so warum spaß hast du die letzten attacke verstehe ja ok sehen wir mal ok das hat ein spannender kampfleute kürz 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 lä�� kürz 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 als kürz 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 dom denn da und scheiße so und so schaffst du sein neun der zeit ich verstehe warum der fisch eigentlich auf den bauch roten also rutschen kann weil das kein eis hier ist nicht so und das einfach unlogisch gemacht einfach unlogisch und so wie viele wollen noch kommen geschafft ihr hat ausgewichen und in sein face ob ihr geschafft wie die mary die mary eine sekunde gleich 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 jetzt als 1 f1 f1 ok wir bleiben in die part und tschüss f3 muss er drücken